Ehhh... Ich würde den mal E-Zom-Eys ja? Ich sage doch da war auch ne Rue-Koil. Oh hier hinten liegt ne neue Waffe! Double Vare. Haha. hat ich kann ja mal einmal den Taser vorführen bei einem Zombie wo ist denn ein Zombie obwohl man verliert eh kein Blut oder? ja gut dann mal ein Pferd-Person gut dann schießt du mich mal an WTF lol lol und jetzt ja jetzt könnt ihr es mir richtig in die Kugel gehen jetzt könnt ihr richtig in die Kugel gehen richtig ich kann ja kann gar nichts machen ne Minute lang nicht so eine Zeitverschwendung finde ich relativ geil weil man man kann ehrlich sein Spaß damit er läuft die kann man hier wieder eins hinten gehen oder C für aufstehen ah jetzt dann wieder ein der ist richtig nice der Taser man ja warte ich tu den wieder drauf alles klar dann dann komm doch nicht durch oh ja er hättet mich blute warte mal hättet mich hier eh nicht ja chill dich da hin ja Wasserflaschen hab ich noch nicht kann ich gleich noch voll machen guck mal durch die ganzen Eckhäuser ach ey häuser hier find ich ja noch max find ich ja noch max schon mal dass mein Sound nicht so laut ist ich geh mal in die Feuerbach ne ja guck mal was es so gibt da da liegt da rein eine Waffe ja ah na oh ich hab oh ich hab oh hier hat jemand seinen Taser getauscht ich nehm mal den Round mit ne ja oh ne Map oh zwei DMR Magazine Meinst du es gibt die DMR noch ja wenn es DMR Magazine hier gibt ja ja vielleicht für ne normale im Podium 14 ja hier ist ne M16 aber ich nehm nur die Magazin das das Magazin und so was hast du eigentlich noch mal nachher ich hab ne andere boah jetzt werd ich hier fast runtergepackt Alter komm da jetzt mal hinten rein ich mein hier AKSU der nimmt die wirklich ja AKM was du alle angeknackst komm da ist nichts mehr ich will aber nur gucken fuck alles aber die eine Bandage wird mitgenommen ich weiß dass der Justin drauf muss hätte er mitzocken können der hätte Ellbogen von seiner Mama bekommen ja du spielst schon viel zu viel du hast heute den ganzen Tag gespielt mit der AMD mit der bin ich eigentlich recht zufrieden denn wenn ihr schon ein AKM wechseladet Kaliber 7x62 die macht 4000 Blut pro Schuss die geht eigentlich ja meinem Mann auch nicht viel mehr oder mehr weniger ja keine Ahnung kann man auch auf jeden Fall mitnehmen ja Lasterbar krankenhaus mit Fettlaterat ah ja genau ja ja wegen Milliseries Spawn ich hab schon so lange keinen Ternhaus immer nur Origins ja man aber Origins Bock doch richtig ja einfach wegen den Häusern bauen das kann man sich ja immer so als Mainziel festlegen zweimal Scrap Metal hier drin oh oh Tänterschuss holen wir uns den ich würd sagen ich würd sagen kraft Richtung Krankenhaus oder der war irgendwo weiter ja krankenhaus 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 ja 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 vorne liegt schon ein Typ dran ja ist den ich geb ihn oder nein 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 vielleicht ist der schon tot weiß man nicht ah ja ja Beine sind gebrochen ja ist die gleiche ich hör die fliegen auch da hinten ich bei die hinten ich bei die hinten nach Krankenhaus ok ich renne ihm hinterher er wird uns wahrscheinlich tasern wollen er wird uns wahrscheinlich tasern wollen also dass er nicht hinter der Ecke steht passt mal hier kurz auf ich weiß nicht wo der hin ist ich weiß nicht wo der hin ist hab ich verloren ist ein Zombie-Agro bei mir oder Heli kommt wieder äh äh süß worden ich seh ihn ich seh ihn wo ich hab ihm Kopfschuss gegeben ehrlich ja ja der ist tot hab ihn ist tot Sniper ja die Leiche heitet sich weil er sich zu schnell ausgelockt hat ne der wollte halt dafür machen so komm fett lasse scheiß drauf so ich hab ihn genau in den Kopf geschossen mitten beim gehen er zweckchen hier ist doch eine Aek was eine Aek 973 modern komm feldler dritt alter aek kennst du dich vom battlefield 3 diese aek die liegt da du geschossen und hier liegt eine glock 17 wie viel munition im honor 2 ja dann nehme ich die meine mainwaffe macht es nicht so lange. aek hat aber auch mit dem akeim. was soll ja dann? aek lol. ich habe doch 3 max. richtig geil. ja die geht ja auch voll auf. was? die glock. die glock ja. ich meine ja. ähm du brauchst doch noch ein taser mac oder? da kann man immer wo. ja dann schläge ich dich hier in meine also in glocks. was soll das? was habe ich denn da? ich habe noch ein m9 3r mac. ich brauch zwei stück. ne das benutze ich nicht. pass auf. will ich die neue waffe ausprobieren? oooohhhhhh ja, two shot, passt. aber origin ist ja nur kopflos, ne? mhm. alter. lol what the fuck. richtig geil. oh das visier von der ist ein bisschen kleiner. also ein bisschen mehr. also besser für range. hm. gut gehen. vollautomatik. auch zero ring. oh bleibt mit der. also. mal kurz ins schusstest, oder? ne ne, ich lasse es lieber. gut, medic shit. ach so, ja. medic shit. ich habe vermisst, mach mal ein paar closers rein. lol die können hier so rennen. ja, hört sich an für die akm. oh crap. Oh, was hab ich angestellt? Gut, Johnny, komm, komm. Ja, Zombies, komm. Packen wir unsere Sachen hier. Loll. Gut, komm, haben wir ja da. Oh ja, ehrlich. Das ist mal auf Börsum. Börsum. Ja, ich hab immer Seen, ich weiß nicht, aber ich bin mehr so genauere Schütze. Jetzt gleich muss ich noch etwas an meiner Grafik machen, denn so hundertprozentig flüssig läuft das auch nicht. Ja, ich hab bestimmt HDR oben oder so ein Shit. Hm. Na, die Zombie-Geräusche. Auto finden wir nicht. Ey, da wurde uns unser Heli vor unseren Augen geklaut. Ja, aber. Wohl, Eckhäuser sollen wir, ach, Wohnhäuser sollen wir die noch gehen? Ja, hatte ich vor. Da hinten spawnt ja auch ein normales Schein und Russ auch ein Heli. Ja, meinst du, dass du da bist? Ja. Das Sound-Mod und sowas ist echt richtig geil. Ja. Loll. Die, äh, Johnny, aber jetzt sag mal, die Lateine war vorher aber nicht hier. Ist hier die hier? Ja, die hier. Die war, jetzt ehrlich. Nee. War die nicht. Loll. Guck mal, ey, solche Industrials hätte man gerne bei Chip, ach, bei Origins, Alter. Ich hab Standard für dich. Ah, nice. Oh, warte mal, ich brauche noch ein Hunting, Alter. Wie sieht das aus, wieder, Alter. Tu mal, 2 DMR-Magazine weg. Alter, ich hab alles voller Standard, Mann. Allein neun Magazin im Inventar. Er saß. Ich muss mal ganz kurz mein Geh hier auffräumen. Weg da mit dem ganzen Scheiß, alles raus. Nämlich zwei Blood-Backs. So, wissen, wo bräuchte ich denn noch? Hab ich nicht so viel. Das Closing. Clock-Mac. Gut, dann nehme ich dann noch Blood-Back, Morpho und Penkeler für dich mit. Oh, die nehm ich mir eventuell mit den Wasserflaschen. Weiß, wo man hier in die auffüllen kann? Ne. Okay. Hier müsste doch theoretisch überall gehen noch. Wie überall? Ne, jetzt hab ich nur Closing gefunden. Speck-Obs-Closing. Oh, die ist nice, die ist nice. Wenn du dir anziehst, lass mich mal gucken. Wo warst du? Moment. Nix, Moment. Die ist nice, Speck-Obs. Oder KSK, die ist richtig nice. Oder KSK müsstest du kennen. Alter, überall Survival-ACU. Mann. Das hier. Ach. Laser-Magazine. Oh, my God. Let's check this out. Was? Wo bist du? Ich hab ne MK22 gefangen. Läu, wo das denn? Aber ohne Muni, das ist ne richtig geile. Würde ich gerne mitnehmen. Ich nehm ein Haus hier. Das ist ne Secondary? Ja, ne Secondary, die auf ordentlich schaden. Komm unter ins Krankenhaus. M1911-Max hab ich. Ja, ich brauch aber M1911-SD-Max. Warte mal, vielleicht ladet die. Die, ähm. Äh. Ach nee, die ladet ihre eigenen MK-Dings-Max. Stimmt. Boah, Kroatsch ja schon. Zombie. Du hast geschossen, ja. Du Ballast ist D, oder? Ja. Okay. Jetzt nicht mehr. Oh, doch. Ich hab TT33-Max. Nice. Alter Flam. TAYKEN! Oh, der ist nochmal nice. Ah, komm schon. Boah, ist die Lord. Loah, nice. Was sagst du? Die Clothing im Krankenhaus. Das siehst du, die du gerade anhörst. Backhopse, ja? Ja, das siehst du nicht richtig.